Ja, kommen wir hin. Nun, ich hoffe, Sie haben alle sich einen Kaffee geholt und alles passt soweit. Ja, Thema Kunststoffe, da sind wir gerade dabei und ich will so ein kleines bisschen was erzählen zu den Rohstoffen, zur Kunststoffherstellung. Ich glaube, Sie haben schon ganz, ganz viel in Ihrer Vorbildung oder in der Vorausbildung schon mal davon gehört, gelesen und so weiter. Ich will es aber trotzdem kurz noch mal zusammenfassen, weil es halt für einen Verfahrenstechniker extrem spannend sein kann, die einzelnen Teilbereiche und so. Im Groben sollte man das wiedergeben. Wenn wir Kunststoffe herstellen wollen, dann kennen Sie, der Klassiker ist natürlich, dass man dafür Erdöl einsetzt. Man kann auch Kohle nehmen und das sind so die zwei klassischen Rohstoffe, die man nehmen kann. Man kann aber auch eine Biomasse nehmen und der eine oder andere wird sich vielleicht an die Forschungsarbeiten hier von Thomas Willner, Annika Sievers erinnern, die gerade aus Fetten, die dort Wasserstoff eben anlagern und dort eben auch keine Kunststoff herstellen, aber zum Beispiel Benzin. Also eine ganz, ganz, ganz vielschichtige Möglichkeiten, um eben Polymere herzustellen. Klassiker Erdöl, Kohle und Sie wissen auch, dass man hier andere Verfahren nehmen kann. Es gibt also dann auch Biokunststoffe, die man eben dann aus Mais oder aus Zuckerrohr dann herstellen kann über verschiedene Drop-In-Verfahren. Soll aber gar nicht unser Thema sein. Erdöl, Kohle, darauf fokussieren wir ein kleines bisschen. Lassen Sie uns aber bei Erdöl bleiben und wenn man bei Erdölen ist, bei Erdölen oder bleiben möchte, dann wissen Sie alle, Erdöl ist ein Mix aus Kohlenwasserstoffe. Ich habe mich jetzt mal nur auf die ganz normalen Alkane hier gestürzt und habe mal ganz, ganz verschiedene Alkane hier in der Kettenlänge hier mal eingezeichnet, um einfach so zu erklären, das ist ein Mix aus Kohlenwasserstoffen. Natürlich sind auch zyklische Verbindungen mit dabei und da sind auch Aromate dabei. Also ein ganz, ganz komischer Mix. Aber der Einfachheit halber wollen wir uns vorstellen, wenn wir Erdöl haben, haben wir einen Kochtopf und dieser Kochtopf besteht eben aus diesen langkettigen Kohlenwasserstoffen. Und die müssen wir jetzt irgendwie trennen, weil wir wollen ja damit irgendetwas arbeiten. Und mit diesem Mix kommen wir jetzt hier nicht weiter, diese Zehnmasse. Also müssen wir die sortieren. Und wenn man die sortiert, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Und ja, der Unterschied, der das jetzt im einfachsten Fall hier ausmacht, das ist eben das Molekulargewicht. Sie alle kennen das BIO-Systeme, man kann also hier für ein Mol dieser Stoffe sehr, sehr einfach eben ausrechnen, was denn so das Molekulargewicht ist. Das will ich aber gar nicht machen. Je länger die Kette ist, desto schwerer ist das Ganze. Und das kann man sich zunutze machen, indem man eben dieses Molekulargewicht nimmt. Und damit ist sie im unterschiedlichen Siedepunkt verbunden. Und das werden Sie oder haben Sie bereits schon vielleicht mal in der Ausbildung mitbekommen. Da gibt es die thermische Verfahrenstechnik, die eben dafür sorgt, dass man solche Mixturen eben trennen kann. Und das ist zum Beispiel mal so eine Apparatur. Das ist nämlich eine Distillationskolonne. Fangen wir mal ganz kurz an. Hier kommt unser Mix aus Kohlenwasserstoffe an. Nehme ich hier mal eine andere Farbe. Das ist unser Mix aus Kohlenwasserstoffe. Der kommt hier an. Der geht in einen Ofen. Da wird das Ganze etwas erhitzt. Und zwar aus 350 bis 370 Grad. Man geht nicht höher. Warum? Weil natürlich die Kohlenwasserstoffkette, man muss sich das so vorstellen, die fangen an zu schwingen. Also eine ganz, ganz lange Kette von Personen, wenn man sich das so vorstellen möchte. Die sich die Hand geben und alle kennen das aus dem Festzelt. Wenn da Musik gespielt wird, dann bewegt man sich von links nach rechts. Und wenn man die Temperatur als mittleres Maß für die Geschwindigkeit von Atomen nimmt oder Molekülen, dann kann man sich vorstellen, die fangen an zu schunkeln. Die ganze Menschenkette und irgendwann nach dem Schunkeln, wenn die Bewegung zu heftig wird, zu weit auseinander geht, dann reißt eben diese Bindung aus und dann verkokelt mein Produkt. Deshalb muss man aufpassen, wenn man Rohöl in einem Ofen vorheizt, dass die Temperatur wirklich auf dem Punkt ist oder in einem Temperaturbereich liegt, wo ich mein Produkt nicht zerstöre. Das sind in dem Fall 350 bis 370 Grad. Und wenn man sich das Ganze so ein kleines bisschen anschaut, dann wird das Ganze, kommt in eine lange, lange Zigarre. Und in dieser Zigarre, dort hat man eben einzelne Böden. Und diese lange Zigarre, die dann in der Fachsprache als Destillationskolonne gezeichnet wird oder bezeichnet wird, die hat eben Glockenboden, hier ist mal so ein Auschnitt aus so einem Glockenboden gezeigt. Das erhitzte Rohöl, die ganzen Moleküle schwören nach oben, die treten aus. Da gibt es hier so eine kleine Glocke, die so wie ein Regenschirm sich unter dieser Öffnung befindet. Und wenn ich einen Temperaturbereich habe, also einen hohen Temperaturbereich und eine lange Kette, dann sieht das natürlich erst bei diesen Temperaturen. Habe ich aber Gase oder Kohlenwasserstoffverbindungen, die ein relativ geringes Molekulargewicht haben, dann sieden die natürlich schon bei geringen Temperaturen. Das sind also die ganzen Methan, Ethan, Propan, Butan, diese ganzen Geschichten, die werden halt oben eben als Gase herausgenommen. Und es kann natürlich auch passieren, dass das Ganze passiert in der Regel in der ersten Stufe immer bei Umgebungstemperatur. Wenn man aber hingeht und das Ganze, wenn man dann Vakuum drauf spielt, dann spricht man auch von einer Vakuum-Destillation, das ist nur die zweite Stufe. Da wird dann alles das, was hier in diesem Sumpf der Kolonne ist, da nochmal weiter aufgesplittet. Also ganz, ganz tolle Geschichten und das kann man auch berechnen, das lernen Sie in der thermischen Verfahrenstechnik. Das ist, finde ich, auch kein Hexenwerk, aber super, super spannend. Und Sie dürfen das dann in der thermischen Verfahrenstechnik auch mal manuell rechnen. Natürlich gibt es dafür heute auch entsprechende Programme, die das dann für uns erledigen. Aber trotzdem muss man das verstanden haben, ja, so sieht eine Destillationskolonne eben aus. Und man sieht, die ist doch dann entsprechend groß. Hier gibt es dann entsprechende Leiter, da kann man dann entsprechend auf die einzelnen Abschnitte gehen. Ja, man sieht, das Ganze ist dann schön auch, hat eine entsprechende Wärmedämmung drumherum. Und ja, der typische Blick eines Verfahrensingenieurs, der in dem Bereich der erdölverarbeitenden Industrie arbeitet. Also eine Destillationskolonne, die sorgt dafür, dass wir erstmal ein ausgangsfähiges Produkt haben. Das steht hier so ein kleines bisschen. Ich will gar nicht komplett diese Prozesse beschreiben, sondern wenn wir bei der vollsynthetischen Herstellung bleiben, dann haben Sie also jetzt gelernt, dieses Erdöl, dieser Mix aus Kohlenwasserstoffen, der wird durch eine Destillation in seine reaktionsfähige Vorprodukte zerlegt, in die einzelnen Monomere. Damit kann ich dann was anfangen. Sauberes Produkt, das weiter verarbeitet werden kann. Und der nächste Schritt ist jetzt die Verknüpfung dieser Monomere. Dieser einzelne Monomer heißt Baustein zu langen Molekülen, zu großen Molekülen, zu Makromolekülen. Und Sie merken schon, das habe ich eben schon mal erwähnt, Monomer, Polymer, Polymeros, viele gleiche Bausteine. Diesen Prozess bezeichnet man allgemein dann als Polymerisation. Und man unterscheidet drei Herstellungsmechanismen. Das gibt die Polymerisationsreaktion, es gibt die Addition und die Kondensationspolymerisation. Die Kondensationspolymerisation, schauen wir uns gleich ein Beispiel an, da entsteht etwas, da kondensiert etwas. Bei der Polymerisationsreaktion, Additionsreaktion, die klingt ähnlich, die ist ähnlich, es gibt auch einen kleinen, kleinen, feinen Unterschied. Bei der Additionsreaktion, da hat man eigentlich das Monomer, was ohne irgendwelche Zwischenkomponenten weiter reagiert. Und bei der Polymerisationsreaktion, da muss ich noch irgendwelche Starter mit dazu schmeißen. Dinge, die diese Polymerisationsreaktion anfangen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Doppelbindung aufgebrochen wird. Und ja, solche Starter, solche Radikale, die dann zum Beispiel beim, ich kann es ja mal hinmal, die zum Beispiel dafür sorgen, dass wenn das hier ein Monomer wäre, in dem Fall zum Beispiel Ethen, die dafür sorgen, dass, ich mal mal hier so ein Radikal hin, die dafür sorgen, dass diese Bindung hier aufgebrochen wird. Ja, so, das ist so der feine Unterschied, aber es soll jetzt auch keine Folsinn in der organischen Chemie sein. Sie haben sich gemerkt, Erdöl, ein Mix aus Kohlenwasserstoffen, der wird durch Destillation erstmal in die einzelnen Komponenten sozusagen aufgeteilt. Ja, dazu braucht man eben diese Destillationskolonne, thermische Verwarnstechnik. Am Ende des Tages muss ich die einzelnen Monomere dann nochmal zu, ja, zu, sagen wir mal hier, es wird noch, was ich vergessen habe, war hier noch das nachfolgende Cracken. Also diese ganzen langen Kohlenwasserstoffe, die müssen nochmal in einzelne Kohlenwasserstoffe zerlegt werden. Das kann man machen, indem man es ganz, ganz schnell abkühlt. Also nach Destillation kommt nochmal dieses Cracken. Es gibt diese großen Cracker auch in den verfahrenstechnischen Anlagen. Und wenn man dann letztendlich die Monomere hat, dann erfolgt die Polymerisationsreaktion, Klammer auf. Man unterscheidet zwischen Addition, Kondensationspolymerisation und der Polymerisationsreaktion. Also da freut sich jene Maschimiker und die können Ihnen da ganz, ganz viel zu erzählen. Ich habe Ihnen mal ein Beispiel für eine Kondensationspolymerisation hier herausgeschrieben. Vielleicht auch Sie so ein kleines bisschen die Motivation im Bereich organische Chemie dann vielleicht doch nochmal genauer hinzuhören. Und zwar hat man hier ein Ethan-Diol, das ist ja hier in so einer Handzeichnung dargestellt. Also ein Ethan mit zwei Alkoholgruppen. Ethan-Diol, Sie wissen, diese Endung OL heißt immer, ich habe eine Alkoholgruppe, eine OH-Gruppe hinten dran. Und dann gibt es eine Terephtalsäure. Das typische Kennzeichen für so eine organische Säure ist immer diese Carboxylgruppe, diese COOH-Gruppe. Und Terephtalsäure, wenn man das ein paar Mal gehört hat, dann weiß man das. Man hat einen Benzolring und links und rechts sind zwei Carboxylgruppen dran. Und wenn man diese Terephtalsäure zusammen mit Ethan-Diol zusammenpackt und entsprechende Temperaturen, entsprechende Bedingungen hat, dann kommt es eben dazu, dass es hier ein Produkt ausgeschieden werden kann. Also die verknüpfen sich. Da gibt es auch gewisse Mechanismen, die hier ablaufen. Und am Ende des Tages, wenn hier eben Wasser abgeschieden wird, also Wasser kondensiert sozusagen, dann hat man eine lange, lange Kohlenwasserstoffkette hier. Und ja, die nennt man dann eben Polyethylen-Terephtalat-PET. Und ja, wenn man so ein langes Molekül hat, dann wird man sagen, oh, es sieht kompliziert aus. Aber um die Länge dieses Moleküls hier so ein bisschen zu kennzeichnen, malt man immer ganz gerne dieses Monomer, kennzeichnet man nochmal mit so einer eckigen Klammer. Und weil man keine Lust hat, das 10.000 Mal hier zu zeichnen, malt man eben doch nochmal ein Ende hinter. Das soll so ein bisschen signalisieren, dass es die ganz, ganz lange Kette ist. Ja, woher kennen Sie Polyethylen-Terephtalat? Das kennt man eben im Alltag, eben PET-Flaschen. Und da gibt es auch ein entsprechendes Zeichen hier für PET. Und ja, ich bin jetzt kein großer Freund von diesen PET-Flaschen, denn, oder was heißt, ich bin kein großer Freund davon? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Fleece-Pullys. Das kriegt man dann ab und zu mal Weihnachten geschenkt. Die fühlen sich auch total flauschig an, ganz, ganz viele Decken, die man auch aus diesem Material bekommt. Ich mag die deshalb nicht, diese Fleece-Pullys, aus einem Grunde, weil ich weiß, die hatten ein Vorleben und zwar aus Kunststoffresten, die man dort eben hat. Das war also schon ein bisschen her, dass man dann die Flaschen in Europa gesammelt hat, dann sehr, sehr aufwendig mit einem Schiff nach Asien transportiert hat. Dann hat man diese PET-Flaschen geschreddert, wieder eingeschmolzen, in ein Extruder gehauen. Und wenn man das in eine Extruder haut und man sorgt dafür, dass eine Extruder ist ein riesiger, großer Fleischwolf, beheißter Fleischwolf sozusagen, und dann kommt natürlich, schmilzt dieses PET wieder auf. Und dann kann man, wenn man vorne eine Düse einbringt mit hauchdünnen oder ganz, ganz feinen Löchern, dann kommen natürlich dann Fäden raus. Und wenn man das geschickt aufbearbeitet, kann man da draußen natürlich einen Faden gewinnen. Und der Faden kann wieder dann verarbeitet werden, eben zu so einem Fleece-Pullover. Deshalb, jedes Mal, wenn ich so einen Fleece-Pullover anziehe, ich habe tatsächlich sowas auch, oder eine Decke, dann denke ich mir, ah, das war mal im Vorleben eine PET-Flasche, hat jemand draus getrunken. Also, das ist so ein bisschen das, ist natürlich totaler Quatsch, aber das ist das, was bei mir dann so im Kopfkino dann abläuft. Also, jetzt haben Sie schon mal etwas gelernt, nämlich Kunststoffe, kommt ganz, ganz, ganz oft vor, wie Kunststoffe hergestellt werden, Öl, Destillation, Cracken, Polymerisation. In dem Fall, wenn man Polymerisation im Allgemeinen, als allgemeinen Begriff nimmt, ist das cool. Und die PET-Flasche steht durch eine Polymerisationsreaktion, die Kondensationspolymerisation genannt wird. Und da entsteht als Abfallprodukt sozusagen Wasser. Daraus werden PET-Flaschen hergestellt, haben wir ja mitbekommen, 34% der Einsatzgebiete von diesen ganzen Massenkunststoffen. Das ist halt eben auch in der Verpackungsindustrie. Und diese Kunststoffe haben dann auch nochmal ein zweites Leben und zum Beispiel dann als Fließpolymerisation. Ja, soweit ist dann erstmal klar. Und jetzt kommen wir einfach mal zu der Additionspolymerisation. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Die ist auch relativ einfach. Also, was man sieht bei der Additionspolymerisation, wenn man ein Molekül über einen gewissen Katalysator bei einer gewissen Temperatur laufen lässt, dann kann es passieren, dass eine Doppelbindung aufklappt. Hier ist mal ein sehr, sehr vereinfachtes Modell. Und ich glaube, Sie sind mir nicht böse, wenn ich das, das ist hier auch sehr vereinfacht dargestellt. Worüber wir gerade reden, ist eigentlich über das Monomer Ethen. Also, nochmal so als Wiederholung, Ethan ist das Alkan. Und wenn ich das A ersetze durch ein E, dann habe ich eine Doppelbindung. Dann habe ich nämlich dann Ethen. Das habe ich hier oben eingezeichnet. In dieser Darstellung, die ist sehr vereinfacht, da hat man einfach hier das Wasserstoff weggelassen. Also, es soll sich aufs Wesentliche konzentrieren. Und was aber hier eingezeichnet ist, man hat also gesagt, pass mal auf, dieses X, das lassen wir mal, lassen wir einfach mal so als Platzhalter stehen. Ja, das wäre in dem einfachsten Fall bei Ethen, wäre es tatsächlich ein Wasserstoff. Und wenn dieses Molekül jetzt miteinander reagiert, dann bricht diese Doppelbindung auf, wird über den Katalysator geschickt, die Bindung wird locker. Und dann klappt diese Bindung rüber. Und wenn man das Ganze oft genug macht, dann kriegt man letztendlich so ein Molekül. Eine lange, lange Kohlenwasserstoffkette, 1000, 10.000 Kohlenwasserstoffe, die hier verknüpft sind. Und wie gesagt, normalerweise hat man hier überall einen Wasserstoff. Das habe ich aber hier der Einfachhalt halber, 1, 2, 3, nicht eingezeichnet. Deshalb, Sie merken schon, man ist eine Zeit lang damit beschäftigt. Und das macht das Bild auch nicht unbedingt übersichtlicher. Darum, hier ist es wirklich sich nur aufs Wesentliche konzentriert. Und für den Fall, dass das X ein Wasserstoff ist, dann spricht man hier tatsächlich von Polyethylen. Ist das X eine Methylgruppe? Also wenn Sie das X durch eine Methylgruppe ersetzen, dann hätte man hier Polypropylen. Und jetzt kann man natürlich das X auch mit anderen Dingen ersetzen, zum Beispiel durch einen Benzolring. Das ist jetzt hier nicht eingezeichnet, sondern nur als C6H5 abgekürzt. Dann hat man Polystyrol. Oder aber man packt hier ein Chlormolekül dran. Dann hat man hier Polyvinylchlorid. Ja, ich würde an der Stelle ganz gerne aber einmal, hier, ich werde mal hier verwerfen. Und ich probiere mal etwas hier aus. Eine Folie einfügen. Neue Folie. Und ich bringe sogar noch eine neue Folie. Neue Folie. Neue Folie. Das ist das Schöne an Sie merken. Das ist also wirklich dann noch alles live. Aber ich probiere mal, was einzuzeichnen. Also das haben wir soweit verstanden. Ich würde von Ihnen in der Klausur erwarten, wenn ich sage, Hey, sind Sie in der Lage, mal ein Polyethylenmolekül aufzumalen oder ein Polypropylen oder ein Polyvinylchlorid aufzuskizzieren? Dann ist das sehr, sehr einfach. Dann können Sie das nämlich machen, indem Sie einfach dieses Modell, Sie merken sich einfach immer dieses Monomer hier. Und ich gehe nochmal zurück. Wechsel nochmal kurz die Farben hier. Damit das ein bisschen klarer wird. Und Sie müssen sich eigentlich immer nur vereinfacht dieses Monomer merken, zum Beispiel das Ethen, und ersetzen einmal Wasserstoff durch den X. Und dann können Sie hier verstehende Dinge dann irgendwie einsetzen. Die ganzen Eigenschaften. Das ist eine riesen Vorlesung, die man hier so machen kann. Und ich will Ihnen das nur mal kurz zeigen, warum das so wichtig ist, dass man das Ganze eben hier weiß. Bleiben wir mal ganz kurz beim Polyethylen. Ich lehne mich mal hier hin und versuche, das mal so ein bisschen hier zu zeichnen. Wenn das hier, wenn das hier Polyethylen ist, dann gibt es verschiedene Arten von Polyethylen. Also das Ganze kennen Sie. Das wäre jetzt alles über Wasserstoff, was dran ist, die ganze Kette hier. Das sieht überhaupt nicht so toll aus. Aber ich glaube, man kann es erkennen. Dann gibt es verschiedene Arten von Kohlenwasserstoffen, nämlich, oder von Polyethylen. Es gibt ein HDPE und es gibt ein LDPE. Ja, es gibt auch noch andere LDPE und auch andere Polyethylen-Sorten. Aber damit Sie es mal gehört haben, HDPE ist High-Density-Polyethylen und LDPE ist Low-Density-Polyethylen. Wo kommt der Unterschied? Das Molekül sieht ja jetzt erstmal relativ einfach aus. Wenn man das Molekül vereinfacht darstellen wollte, könnte man mal hier so eine Kette malen. Dann könnte man hier so Punkte dran machen. Die stehen halt für die Kohlenwasserstoffe. Und diese Kohlenwasserstoffe, ich male mal eine zweite Kette unten drunter. Das wäre jetzt die andere Kette, die man hier unten drunter hat. Die merken etwas voneinander. Hier spielen Kräfte eine Rolle. Das sind nämlich die Nebenvalenzbindungskräfte, die man hier sollte. Und diese Nebenvalenzbindungskräfte, wodurch entstehen? Die entstehen durch Van der Waals-Kräfte. Denn wenn man sich diese Ketten hier anschaut, dann muss man sagen, um dieses Atom selber, wenn das das Kohlenstoff sein, male ich mal hier eine Wolke. Und die Elektronenverteilung, ich male mal ganz viele Wolken drumherum. Einfach, es ist nur ein Modell. Also Kohlenstoff, da schwirren dann irgendwie dann auch die entsprechenden Elektronen drumherum. Und die Elektronenverteilung, ja, die ist aber nicht symmetrisch, sondern die ist asymmetrisch. Das heißt, man hat, einfach lass mal eine andere Farbe nehmen, wenn diese Elektronen um diesen Kohlenstoffatomkern rumschwirren, dann sind die wie ein Bienenschwamm. Die schwirren manchmal etwas weiter nach links und manchmal etwas weiter nach rechts, sodass man sagen könnte, naja, partiell gibt es hier leicht positive und leicht negative Ladung. Ja, das sind halt eben dann auch zum Teil diese Kräfte, die sich dann ausbilden. Und positiv und negativ zieht sich an. Und dieses allgemein unter Van der Waals-Kräfte dann, das wird immer unter dem Begriff Van der Waals-Kräfte, dann einem so verkauft. Das heißt einfach, diese Ketten sehen etwas voneinander, die merken. Und wenn zwei Ketten sich irgendwie anziehen, weil das ja nicht nur ein Kohlenstoffatom ist, was ganz, ganz leicht partiell mal ein bisschen positiv ist, ein bisschen negativ, ein bisschen positiv, negativ, je nachdem wie die Elektronenwolke um das Kohlenstoff drumherum schwirrt, ja, und das bei 100.000 von Molekülen, Entschuldigung, von Molekülen und auch von Kohlenwasserstoffen oder Kohlenstoffatomen, die in so einer Kette sind, ja, die bilden Nebenvalenz-Bindungskräfte aus. Und jetzt kommt's. Wenn man das sich auf der Zunge zergehen lässt, dann heißt es einfach, je dichter die Ketten zusammen sind, desto höher sind auch die mechanischen Eigenschaften. Und es scheint es ja hier zwei unterschiedliche Dichten zu geben, HDPE und LDPE und bei HDPE sind die Ketten ganz, ganz, ganz dicht zusammen und bei LDPE, Entschuldigung, bei HDPE doch sind sie ganz, ganz dicht zusammen und bei LDPE, Low Density Polyethylene, sind die Ketten weiter auseinander. Und da sind auch die mechanischen Eigenschaften geringer. Warum? Weil die Nebenvalenz-Bindungskräfte nicht wirken können. Sie merken schon, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wenn man sich so ein bisschen in diese Mikrostruktur einbringen kann und wenn man so verstanden hat, was die Monomere, wie der Aufbau ist, und das ist natürlich eine ganz, ganz lange Geschichte. Ich lade Sie gerne dazu ein, auch mal in der Vorlesung Verpackungstechnik dazu zu kommen und da gehen wir noch mal viel, viel intensiver drauf ein. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen müsste, wie muss man sich denn so ein Molekül HDPE vorstellen, wenn man das tatsächlich mal malen möchte? HDPE ist ein Molekül, was relativ unverzweigt ist, denn das, was ich hier oben geschmalt habe, diese lange Gratlinge Kohlenwasserstoffkette, die stimmt natürlich nicht. Die haben natürlich an der Seite immer noch so ein paar Seitenketten. Also das sieht dann so aus wie so ein Tannenbaumzweig nach Silvester. Und so, dann kriege ich so einen Baum natürlich nicht ganz so dicht zusammengepackt. Und dieses Low-Density-Polyethylen, das hat riesige Zweige, ja, riesige Zweige. Und diese riesigen Äste, diese riesigen Zweige, die kriege ich natürlich nicht ganz so dicht gepackt, wie dieses Low-Density-Polyethylen. Also das wäre mal HDPE und das Ganze wäre LDPE. Also, ich glaube, die Nachricht ist erst mal angekommen. Meine Erwartungshaltung an Sie ist, wie kann man aus Erdöl Kunststoffe herstellen? Erdöl als klassischer Rohstoff, Destillation, Cracken, dann habe ich den Oberbegriff Polymerisation, es gibt die Kondensationspolymerisation, wir merken uns einfach auch die Additionspolymerisation. Und wenn Sie das merken wollen, haben Sie immer dieses Molekül Ethen und Sie merken sich einfach, wenn Sie diesen X-Rest ersetzen durch verschiedene Reste, ob das ein Chlorrest ist oder ein Polyethylen, kann man sich sehr einfach diese Massenkunststoffe herleiten. Und wir haben jetzt eigentlich schon mal so einen kleinen, ja, mitverstanden, dass diese Ketten, dass dieser Aufbau dieser Ketten natürlich die mechanischen Eigenschaften beeinflussen. Und da haben wir gerade verstanden, am Beispiel von Polyethylen, dass es da unterschiedliche Strukturen von Ketten gibt. Die Ketten sind nicht immer ganz geradlinig, sondern die sind so ein bisschen verzweigt. Da sind kleine Vergabeln, kleine Äste. Und wenn diese Verästelung wirklich ganz, ganz klein ist, kriege ich die ganz, ganz dicht gepackt, diese Ketten. Und dann merken diese einzelnen Ketten etwas untereinander. Die haben diese Kräfte, die dort auftreten. Wenn Ihnen der Name nicht einfällt, sagen Sie einfach, es sind Nebenvalenzbindungskräfte, die dort auftreten. Und wenn ich hingehe und diese lange Kohlenwasserstoffkette, wenn die eben sehr stark verzweigt ist, dann kriege ich die wie so ein Ast nicht echt eng zusammengepackt. Und dann können die Nebenvalenzbindungskräfte nicht wirken. Und das wiederum erklärt einfach die unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften, zumindest mal beim Polyethylen, sprich HDPE und LDPE. Sprich, die mechanischen Eigenschaften beim HDPE sind eigentlich eine höhere Festigkeit als beim LDPE. Wo spielt das zum Beispiel eine Rolle? Ich bleibe mal bei der Verpackungsindustrie. Die Verpackungsindustrie nutzt Polyethylen gerne auch als Siegelmaterial. Schmilzt schon auf bei geringeren Temperaturen. Und ich kann damit auch sehr flexibel irgendwelche Kabel ummanteln. Wenn ich aber steifere Materialien haben will, dann packe ich eben dieses HDPE rein. Dann wird die ganze Verbindung relativ steif und fest. Natürlich gilt das Ganze, gibt es diese Wechselwirkungsgeschichten auch mit den anderen Strukturen. Das ist aber eine andere Geschichte und würde jetzt hier diesen zeitlichen Rahmen sprengen. Ja, worüber ich mich gleich im dritten Teil dieser Vorlesung unterhalten möchte, sind die mechanischen Eigenschaften der Kunststoffe. Denn es gibt drei Familien, die Thermoplaste, die Duroplaste und die Erstomere. Da möchte ich Ihnen gleich ein bisschen was dazu erzählen. An der Stelle drücken Sie ganz kurz die Pause und dann geht es gleich sofort weiter. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich.